Heißt euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem letzten Meisterschaftsspiel in diesem Jahr beim VfB Stuttgart. Erneut ein großer Name, auch wenn die Mannschaft sich momentan in unteren Tabellengefilden befindet. Wie wir das Spiel angehen wollen, wie es auch vor allen Dingen um die Personalsituation aussieht, bitte André, deine Vorschau auf das Spiel. Danke Matthias, von mir auch ein herzliches Willkommen. Da kann ich mit dem Personal auch direkt anfangen. Bis auf Süleman Kotsch stehen alle zur Verfügung. Wir haben den Kader nur auf einer Position verändert und zwar wird Michael Heinloth mitfahren anstatt Tommy Bertels. Ansonsten haben wir ein Spiel vor der Brust im VfB Stuttgart. Ich glaube keiner von uns ist bisher da gewesen. Das bringt ja auch das zum Ausdruck, was ich vielleicht nochmal kurz ausführen möchte. Den Ist-Zustand unserer Situation, der ist so, dass wir vor Saisonbeginn von allen als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt wurden. Auf Platz 18, gefühlt für den einen oder anderen sogar auf Platz 19 am Ende der Saison einlaufend. Im Grunde hat man uns nicht einen Sieg zugetraut, wenn man ehrlich ist. Und ich finde, die Mannschaft hat in dieser Hinrunde Grandioses geleistet. Heute ist schon klar, dass wir auf keinem Abstiegsplatz überwintern werden. Und wenn man das mit unserem Ziel mal vergleicht, dann kann man sagen, dass wir unsere Ziele für die Hinrunde mehr als erreicht haben. Auch schon vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Denn niemand hat damit gerechnet, oder jeder hat damit gerechnet, dass wir wahrscheinlich schon abgeschlagen Letzter sein werden und in der Rückrunde noch um die anderen nach spielen. Und das haben die Jungs geschafft, dass wir vom ersten Tag an der Vorbereitung des Trainings ausschließlich den Klassenerhalt im Auge hatten. Daraufhin haben wir immer hingewiesen, dass es vom ersten Tag an ein Abstiegskampf ist, war uns allen bewusst. Das ist natürlich niemals ein Tabuthema gewesen. Das ist totaler Quatsch und für mich eine Unverschämtheit, so etwas darzustellen. Wir haben auch immer darauf hingewiesen, dass wir schwere Phasen erleben werden, weil wir uns eben nicht auf Augenhöhe befinden mit den Vereinen, sondern weitaus schlechtere Bedingungen haben. Kein Spieler von uns bisher hat, glaube ich, in Stuttgart gespielt oder auf Schalke oder im Signal Iduna Park. Das sind tolle Erlebnisse, die wir wahrnehmen werden. Und wenn ein Trainer von der TSG Hoffenheim, Martin Giesdol, sagt, dass die TSG Hoffenheim sich nicht vergleichen kann mit Mannschaften wie Dortmund, Bayern, Schalke, Wolfsburg und es an einzelnen Tagen vielleicht mal möglich ist, gegen diese zu gewinnen, dann möchte ich damit sagen, dass unsere Erwartungen etwas zu hoch sind im Umfeld. Denn ich glaube, wenn das für Hoffenheim gilt, dann gilt das für uns erst recht und dann gibt es eben auch Phasen, wo man vielleicht mal nicht gewinnt. Das hängen wir überhaupt nicht so hoch. Im Gegensatz, wir haben gegen Schalke gepunktet, gegen einen Champions League-Achtelfinalisten, waren die klar bessere Mannschaft. Wir haben gegen In-Wolzburg gepunktet, die sich qualifiziert haben. Wir haben gegen Borussia Dortmund einen 0-2-Rückstand aufgeholt. Und ich glaube, das sind wirklich besondere Erlebnisse, die wir hier wahrgenommen haben. Und deswegen kann ich von meinen Spielern immer wieder nur den Hut ziehen. Und das macht auch keinen Unterschied, wie das Spiel am Samstag ausgehen wird. Wir werden natürlich dorthin fahren und unser Bestes geben. Und wir möchten, wenn es geht, dort dreifach punkten oder zumindest einen Punkt mitnehmen. Das steht außer Frage. Aber ich möchte hier zum Ausdruck bringen, dass diese Mannschaft alle Erwartungen mehr als überfüllt hat und es nicht ansatzweise auch nur einen Riss in der Erfolgsgeschichte des SC Paderborn gibt. Danke. Dass wir bis auf das Spiel in München, wo wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die, glaube ich, jeden Gegner beherrscht hat oder fast jeden Gegner, dass wir in jedem Spiel konkurrenzfähig waren, dass wir, auch wenn wir die Rahmenbedingungen nicht haben und die finanziellen Möglichkeiten oder die individuelle Klasse der Einzelnen, dass wir in vielen Spielen auf Augenhöhe gespielt haben, das ist keine Normalität. Wie es dann natürlich auch wahrgenommen wird, wenn man erfolgreich spielt und erfolgreich punktet, das ist eine außergewöhnliche Leistung meiner Spieler, die, wie gesagt, viele Stadien noch gar nicht gesehen haben, aber entsprechend bewertet werden, als wenn sie schon seit Jahren dabei sind. Die Einstellung meiner Mannschaft, die Umsetzung der Pläne, wie sie das mit Herz und Leidenschaft füllen, das begeistert mich total und die Unterstützung der Fans ist wirklich einmalig. Ja, das werden wir sehen, das ist eine berechtigte Frage. Wir haben in den letzten beiden Spielen gegen Wolfsburg 125 Kilometer gelaufen. Das war der Bestwert für uns in dieser Saison. Gegen Schalke waren es auch wieder 120 Kilometer. Das wird natürlich an die Substanz gehen, aber wir erkennen ja unsere Mannschaft, wie sie funktioniert. Und ich glaube, es ist einzigartig in der ersten Bundesliga, was wir für eine Moral haben. Die Jungs geben niemals auf. Sie glauben immer an sich. Ob es nachher letztendlich immer von Erfolg gekrönt ist, das ist eine andere Geschichte. Und das hängt auch von anderen Faktoren ab. Aber sie wird auch am Samstag alles aus sich herausholen, um sich bestmöglich in die Winterpause zu verabschieden. Genauso wie wir es bisher auch gehabt haben. Denn wenn ich schon sage, dass wir im Grunde das erreicht haben, was uns keiner zugetraut hat, dann haben wir doch auch selber keinen Druck. Wir haben doch von Beginn an gesagt, wir möchten jedes Spiel genießen und auch erfolgreich spielen. Das haben wir in einer super Kombination hingekriegt. Dass wir nicht in den Bereichen vorgestoßen sind, die uns vielleicht der eine oder andere zugetraut hat, aufgrund der hervorragenden Leistung, ist natürlich darin geschuldet, dass wir einfach eine Mannschaft sind, die auch erstmal Erfahrungen sammelt. Wir haben Spieler dabei, die kannten die erste Bundesliga nur aus dem Fernsehen und messen uns mit anderen Vereinen. Entsprechend schütteln wir uns immer relativ schnell, wenn wir auch für unseren hohen Aufwand nicht belohnt wurden. Aber es geht auch immer nur darum, Woche für Woche das Beste abzurufen. Und wenn ich das Beste abrufe, dann habe ich als SC Paderborn nicht immer die Möglichkeit zu gewinnen, weil die anderen einfach meistens oder alle besser aufgestellt sind. Aber ich habe zumindest eine Chance, was mitzunehmen. Und auch das hat uns eben keiner zugetraut. Entsprechend können wir in diese Spiele reingehen, genießen. Und das ist am Samstag genau das Gleiche. Natürlich steht Stuttgart unter uns. Und es ist doch klar, dass wir auch, wenn es geht, Stuttgart auf Abstand halten wollen beziehungsweise diesen Abstand ausbauen wollen. Dafür sind wir auch natürlich Sportler und auch ehrgeizig. Keine Frage. Aber wir müssen das nicht. Weil wir müssen nur unsere beste Leistung abrufen. Und wenn wir das tun, dann haben wir auch Chancen, Punkte mitzunehmen. Wir werden am Sonntagmorgen noch einmal zusammenkommen. Wir werden dort die Trainingspläne ausgeben für die Resturlaubszeit. Damit wir dann am 5. Januar auch schon etwas vorbereitet in die Rückrunden-Vorbereitung gehen. Aber in erster Linie sollen die Jungs die Zeit auch genießen, im Kreise ihrer Liebsten. Einfach auch mal abschalten. Denn das war ein sehr intensives Jahr für uns. Und das sollen sie auch einfach mal abschalten können. Der VfB Stuttgart hat das letzte Spiel gewonnen. Und natürlich ist der VfB Stuttgart in einer Situation, dass sie gegen uns das Spiel genauso gewinnen möchten. Sie möchten sich genauso in die Pause verabschieden mit einem Erfolgserlebnis, wie wir das gerne möchten. Und das ist eine Mannschaft, die auch gespickt ist mit Nationalspielern mit hoher Qualität, die sie eben oft nicht auf den Platz bekommen haben. Warum auch immer. Dafür sind dort ja auch Veränderungen gemacht worden. Und sie haben jetzt eben auch einen Trainer, der sehr erfahren ist, der bekannt ist für eine klare Linie. Und entsprechend haben sie jetzt auch auswärts gewonnen. Sie werden alles tun, um uns zu schlagen. Und dem wollen wir natürlich entgegenstehen. Wir haben 600 Karten im Vorverkauf hier verkauft. Wir rechnen mit ungefähr 700 Fans, die dann uns in Stuttgart unterstützen. Das heißt also auch die Tageskasse für unsere Fans ist dort geöffnet. Anreise, zwei Busse, Pkw, einige mit der Bahn. Also das ist nicht genau festzulegen. Aber wie gesagt, zwei Busse sind gebucht und die werden dann auch hoffentlich in Stuttgart ankommen. In der letzten Zeit ist ja immer mal einer auch liegen geblieben. Ja, ansonsten möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich natürlich auch zu bedanken für die Zusammenarbeit mit Ihnen im ersten Teil dieser Saison. Und wir freuen uns auf ein erstklassiges Jahr 2015. Ich wünsche Ihnen auch im Namen der Gremien des Vereins alles Gute, Besinnliche, Feiertage und dann ganz besonders ein Jahr 2015 mit viel Gesundheit. Vielen Dank.